hallo leute und herzlich willkommen zurück bei obscu wir gehen jetzt in den keller ok gut munition für schrottflinte nachladen ok hallo kommt nur her ihr kleinen besser aber nicht zu schnell gut moment ok doch das hätte uns ein bisschen mehr erwischt aber gut es gibt nur einen ausweg und der ein weg wo ist er wo ist er da kommt doch her da kommt doch her du kleiner besser äh was wollte ich sagen wo waren wir noch gleich stehen geblieben ach ja so so wir waren ja so jetzt haben wir ein bisschen ruhe und weiter geht's gut und tot so kurz nachladen und weiter geht's also wir können hier in ruhe die spritzen seltsame dinge ok hier haben wir sonst nichts oh wo kommt jetzt komm schon auch scheiße tut das weh nimm das nimm das mit machen. Gut, den nächsten sammeln wir es probiert. Gut, was haben wir sonst noch? Scheiße, ich dachte schon, da wäre etwas. Okay, die Tür wurde regelrecht aus den Angeln gerissen. Ja, von einem gewissen Uh! Ah! Okay, gut. Nichts Interessantes mehr. Oh! In diesem Fall gehen wir zurück. Hier war die Zelle mit dem anderen Gefangenen. Okay. Der ist leider nicht so nett, wie ich gehofft habe. Gut, gut. Wo geht's? Okay, hier nach unten geht's nicht, also müssen wir tatsächlich hier rein. Gut, und wo geht's hier hin? Ja, Allmertiger, wir gehen zurück. Okay, was haben wir hier? Ah, zum Speichern. Uh! Noch Getränke. Ein Klebeband. Gut, sonst nichts. Okay, wo sind wir? Das ist ja ekelhaft. Aber was ist mit diesen armen Menschen passiert? Moment, ist das immer der gleiche? Okay, da ist eine Treppe nach oben, also eine Leiter nach oben. Und wir gehen schnell zurück. Okay, fuck. Gut, in diesem Falle im Moment müssen wir die Knarre hier nehmen. Dann gehen wir ein bisschen nach unten. Schätze, ich bin wieder in der Hölle. Ich glaube, diese Knarre könnte stärker sein als die Schrottflinte. Man kann leider nirgends vergleichen, wie viel Schaden das macht. deshalb testen wir sie mal an diesen hier. Nachladen. Okay, das geht halbwegs gut. Und die Medizin mussten wir ja noch nicht verwenden. So, okay. Gut, hier haben wir nichts, außer den Typen da. Gut. Und wieder raus. Schön nachgeladen. Hier rein. Und dann bevor wir irgendetwas nehmen. ein Sticker. Okay. Huh. Okay. Gut, ich muss wieder die Schrottflinte nehmen. Wegen Monitunknappheit. In diesen Töpfen ist so etwas ähnliches wie Stecklinge. Okay. Gut, wir nehmen Energy Drink. Das hier und was haben wir sonst noch? Oh, das geht weiter nach unten. Yeah. Ja. Okay. Gut. Gut. Ich glaube, ich bleibe bei der Knarre. Also bei dieser Knarre hier. Ob das eine gute Idee ist. Ich glaube, da könnte irgendetwas drunter sein. gut. Oh, warte, warte, warte. Gut. Aha. Oh, was ist das? Eine Laserwaffe? Ich glaube, hier sind einige abscheuliche Dinge passiert. Schattler, in diesen Käfigen müssen Studienobjekte gewesen sein. Okay, klar, was ist hier passiert. Also hat es sich doch gelohnt. Hier gibt es nichts mehr zu holen. Gut. Ah, nee, nee, nee. Ganz ruhig lassen. Von der Höhe her sollten wir eigentlich Hä? Wir sind in der Bibliothek. Direkt bei Friedmans Büro. Dieser verdammte Wechser. Okay. Hier gibt es nichts mehr für uns. Gut, dann können wir jederzeit nach unten gehen und Leute abholen. Ähm. Okay, das finde ich nicht toll. Was ist das? Keine Ahnung. Der Durchgang ist mit Trümmern lockiert. Ja, schön und gut. Okay. Okay, hier ist abgeschlossen. Wenigstens etwas. Das bedeutet, wir müssen tiefer ins Gewölbe rein. ist das glaube ich weiß, wo wir sind. Ja, ja, stimmt. Wir sind hier. Und von hier sind wir weiter nach unten gekommen. Aber ich glaube nicht, dass wir da ein Geräusch was war das für ein Geräusch? Hm. Okay, die Musik könnte einen besseren Dezenter eingespielt werden. Okay, hier ist nichts mehr drunter, Nein. gut, hier haben wir auch nichts vergessen. Eine Laserwaffe. Ich will die unbedingt ausprobieren. Mir scheint, hat die ja unendlich unendlich. Was ist hier? Ah, nur drüber. Okay, okay, wir schaffen das, wir schaffen das. Was, was ist das? Keine Ahnung. Hier ist ja der Fahrstuhl. Und auch da wieder das Schräg. Aber gut, es hätte sein können, dass irgendetwas hier rum keucht und fleucht. Okay, dann raus mit uns. Wir müssen dann die Treppe nach unten nehmen und dann sehen wir weiter. nach oben wissen ja, wissen wir ja, wo es hingeht. Also, müssen wir weiter. Komm schon. Das haben wir ja alles beseitigt. ja. Also, es geht hier nach unten und es geht da entlang. Aus Sicherheitsgründen wird gespeichert. Gut, jetzt ist es mega leise. Wow. Alles aufgenommen. Wo zum Geier sind wir hier? Okay, danke für die Info. Okay, das scheint die Tür zu sein, aber die geht nicht auf. Also, müssen wir sie irgendwie anders aufkriegen. Eieiei. hier gibt's nichts mehr für uns. Gut. Hä? Wollte, die wieder da? Okay, dann haben wir eine Tür aufgeschlossen, die wir vorher nicht öffnen konnten. Wir müssen den Maschinenraum finden und die Tür zu öffnen. Ja, 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 das ist klar. So, jetzt sollte es gehen, oder? Gut. Hier ist noch was, ich weiß das. naja, die große Tür und für die müssen wir nach unten gehen. Und auch hier wieder. Okay, dann mal runter mit uns. Okay, die ist diese Waffe nur für ... Ich dachte, die kühlt sich wieder ab, aber ... Pistole und Pistole. Gut, dann würde ich sagen, die Spezialwaffe benutzen wir nur für den fahrt. Hier gibt es nichts mehr für uns. Los, los, los. Los. Was ist das für ein Gerät? Okay. Okay. Komm schon, wir müssen ... Au. Okay, dann wechseln wir wieder die Waffe. Scheiße, du bist mir! Halt das! Okay. Nachlagen. Besitzt leider ... Ah, verdammt. Gut, das bedeutet, wir müssen ... Shen, verwirrend du auch eins. Jetzt fühle ich mich viel besser. Ich bin mir sicher, dass es tot ist, aber ich werde nicht nachsehen. Okay. Gut, was steht da? Es fehlt etwas Mechanismus. Ja, wir wissen, was fehlt. Das ist zwecklos. Das ist zwecklos. Verdammt. Äh, wo kriegen wir ein Hebel her? Ah, vielleicht da. Ich weiß, dass hier noch was sein muss. Okay, gut. Schön, dass du das weißt. Wie geht das mal? Fahr zur Hölle! Geschafft! Wie sieht das Leben technisch aus? Ah, verdammt. Shen, du, du heilst dich. Ja, verwenden. Ich hab mich nie besser gefühlt. Hahaha. Ja, okay. Gut. Was haben wir hier? Ein Nullertgranate. Zum speichern und was ist das? Wo sind wir überhaupt? Schrotflinken, Munition, gut. Diese Schreie. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Okay, da. Sieht aus wie ein Hebel, oder? Das ist zwecklos. Ja. Hier benutzen das hier und da drüben ist etwas. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Okay. Gut, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.